Heute machen wir eine richtig coole Challenge, Freunde, und zwar werfe ein Item in den Schredder. Und halli, hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dendi. Vergiss jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Lass ein Like da und schreib ein süßes Kommentar. Icky, bist du bereit? Äh, äh. Wieso nicht? Hä? Du musst bereit sein. Nein! Doch, wie wirklich? So was kann man nicht bereit sein, oder? Doch, doch, doch. Nein, ich weiß nicht. Ist schon sehr gefährlich, oder? Natürlich ist es gefährlich, aber das ist ja das Lustige daran. Wir haben nämlich in der linken Kiste zwei Items, verschiedene Items, und in der rechten Kiste sind auch zwei verschiedene Items. Und Icky, du bist der Erste, du trittst jetzt gegen mich an, und du kriegst die linke Kiste, und ich krieg die rechte Kiste. Und du musst dich für ein Item entscheiden. Eins musst du in den Schredder werfen, und eins darfst du behalten, und dann musst du mit diesem Item gegen mich kämpfen. Klappt das denn wirklich? Ja, tu mal deinen Diamanten mal da rein. Bist du verrückt? Der ist voll viel wert. Ich hab dafür sieben Monate gemeint. Probier einfach. Vielleicht geht der ja nicht kaputt. Der ist weg. Hä? Der ist weg, Freunde. Icky, sieben Monate, harte Arbeit, sind jetzt weg. Oh Mann. Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Aber warum hast du jetzt dein Handy in der Hand? Ja, du bist reich. Das ist nicht mein Handy, Jungs. Das hab ich von Dandys Schreibtisch genommen. Oh nein, mein iPhone! Boah, das kriegst du zurück. Das kriegst du auf jeden Fall zurück. Das war das Neue. Ja, sei ruhig jetzt. Hör auf, jetzt noch Salz in die Wunde zu streuen. Nimm jetzt deine Kiste, guck sie dir an, und wähle ein Item. Hol beides raus. Oh mein Gott. Okay, ich hab das hier. Zeig es mal. Zeig es mal. Was hast du denn überhaupt da drin gehabt? Nein, ich will sie... Ja, natürlich, du musst zeigen. Das Skorpionsschwert in schwarz. Und? Was noch? Willst du das wirklich wissen? Ja, zieh raus. Zeig. Da ist ein super Teleportstab. Aber ich weiß nicht, was das ist. Damit kannst du dich teleportieren, Icky. Nee. Doch, probier mal. Oh mein Gott. Was geht ab, Leute? Du darfst das nicht benutzen. Du musst dich erst mal für ein Item entscheiden, Icky. Skorpionsschwert, oder? Und was ist das Ziel? Wie, du kämpfst dann gegen mich. Okay. Dann nehme ich... Das Skorpionsschwert! Ehrlich, nimmst du nicht den Stab? Äh, äh. Okay. Ich habe eine volle Rüstung. Eine Skorpion, eine rote Skorpion-Rüstung. Und ein... Hast du so einen Blubberstrahl um dich herum? Stimmt. Warum hast du... Die Rüstung gibt mir einen Effekt. Ja, ja. Ja, noch Opa geht das gar nicht. Warte, entspann dich doch. Und ich habe halt dieses Schwert. Aber ich würde sagen, ich entscheide mich für die Rüstung. So, mein Schwert kommt in den Schredder. Und bei mir muss ich das auch in den Schredder machen? Ja, klar. Oh, dann... Dann... Dann nehme ich den Stab. Stab? Du nimmst den Stab. Oh, okay. Das wird jetzt... Au, ja. Das wird ein komischer Kampf. Du hast nur einen Teleportationsstab und ich habe nur eine Rüstung. Okay. Äh. Das wird echt ein komischer Kampf. Wofür hast du eine Idee, was ich machen soll? Weißt du was? Porte dich einfach oben auf die Tribüne und porte dich hin und her. Kommt eh nicht hinterher. Hast recht. So, bist du bereit? Ja. Okay. Ich bin bereit. Drei, zwei, eins, go. Komm her. Hä? Was? Oh, Mann. Hallo? Hallo? Hä? Hallo? Hä? Los, Dandy. Oha. Lass mich. Lass mich. Was? Lass mich hinterher, Dandy? Lass mich. Wie sollen wir ihn besiegen, Freunde? Der kraut ja die ganze Zeit ab. Komm. Komm. Oha. Aber wartet, wartet. Ich hab ne Idee, wie ich ihn besiegen kann. Wie denn? Komm doch. Nee, nee, nee. Du musst mich in die Lava schupfen. Dann schupfst du mich auch in die Lava. Komm. Komm. Ja. Komm, schupf mich. Wieso klappt das nicht? Aber Ikki, weißt du, was meine Rüstung kann? Hör auf. Die gibt mir Feuerresistenz. Nee, dann kann ich dich gar nicht besiegen. Doch, du kannst mich hauen. Ja. Ja, du kommst doch nicht raus. Ja, was bringt das? Ich hab ne Rüstung. Du kannst mich nicht besiegen, Ikki. Und ich warte einfach. So, das geht. Nein, ich verliere keine Herzen, Ikki. Ja, 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 ja. Du verlierst ja. Okay, dann mach. Komm. Komm, hau mich. Hä? Du cheatest. Nein, ich cheatest nicht. Buffalo, hilf mir. Buffalo, komm mit. Buffalo darf bitte helfen. Waffen. Ist egal. Wir gehen zusammen, schaffen wir es. Leute, ich kann den Lava nicht sterben. Ich hab ne Feuerresistenzrüstung. Oh, Mann. Wir haben keine Chance. Jetzt wirst du sehen. Ikki. Ah, er passt. Hallo. Wo bist du? Doch, der haut die ganze Zeit ab. Aber der Stab hält nicht lange aus. Der wird irgendwann kaputt gehen. Äh, äh. Ne? Oh, hallo. Oh, er ist in der Wand. Ah, danke. Wow. Ikki. Nein, jetzt kriegst du dich nicht. Oh, bist du. Oh Gott, der Stab funktioniert nicht. Was? Nein. Hilfe. Nein, Ikki, los. Nein, das ist ne Lava. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ah. Das ist meine Schatz. Wo bist du? Hab ich ihn besiegt? Buffalo? Du hast ihn besiegt, ja. Jiii, 1-0 für Team Dandy. So, Buffalo, jetzt sind wir dran. So, meine Rüstung kommt. Wir beide? Ja. So, jetzt ist Buffalo dran. Buffalo gegen Team Dandy. Was ist in deiner Kiste drin? Zeig mal her. In meiner Kiste? Ja. Ein Diamantschwert und ein Silberschwert. Zeig mal her. Alter, dein Diamantschwert ist sogar verzaubert. Nimm das. Alter, was ist da drauf, Buffalo? Da ist Schärfe 5 drauf. Schärfe 5? Was? Okay. Nimm das Diamantschwert, Buffalo. Aber das Silberschwert sieht geil aus. Ja. Komm, entscheide dich. Ah, ich nehme das Diamantschwert. Oh, okay. Na, gucken wir, was ich drin habe. Gute Wahl, Buffalo. Danke, Ikki. Also, ich hab einmal auch ein Diamantschwert mit Schärfe 5. Und diesen coolen Hammer. Welchen Hammer? Ja. Was bringt der? Ich weiß nicht. Ich will den haben. Der sieht irgendwie cool aus. Ich glaube, ich nehme diesen komischen Hammer. Keine Ahnung, wieso. Aber ich nehme den Hammer. So, Buffalo, bist du bereit? Buffalo, komm mal her. Okay. Das hat aber Danny nicht gesehen, oder? Was quatscht ihr denn da? Komm doch mal jetzt her und beweist dich. Okay, ich bin ready. Ich bin auch ready. Let's go. Oh, Chef. Oh, was? Du, Schubbler. Hey, sag mal, ist voll schwach. Oh, Buffalo. Sag mal, ist voll schwach, oder? Zittert die Fiele ab. Was? Ikki. Oh, Mann. Wir haben verloren. Dat 1-1. So, Ikki. Uplo, das ist echt gewonnen. Komm, du bist jetzt auch noch dran. Die letzte, entscheidendste Runde. Okay, Ikki. Bist du bereit für eine Revanche? Na, klar. Dann zeig mal her, was in deiner Kiste so drin ist. Eine Frostskorpionrüstung. Zieh ich mal kurz an. Und dazu eine Axt. Okay. Oder eine Dia-Rüstung und ein Skorpionsschwert. Hm. Diamantwaffe oder Diamantrüstung? Ist hier die Frage. Was gibt's denn für einen Effekt eigentlich, die Rüstung? Die gibt den Effekt Water Breathing. Naja, bringt ja hier mal gar nichts. Und was nimmst du? Ich weiß noch nicht, was ich drin habe. Erstmal entscheide dich. Was nimmst du? Nee, erstmal du. Wie wär's, wenn du mal entscheidest? Okay, dann fang ich als erstes an. Ich hab einmal eine Skorpionrüstung mit... Hä, was bringt die? Sag ich nicht. Mit einem Schwert dazu. Mit diesem komischen Skorpionsschwert. Oder eine Diamantachse mit Scharpness 5. Die macht richtig viel Schaden und dazu auch eine Diamantrüstung. Was nimmst du? Ich werf die Diamantachse weg und die Diamantsachen und nehme dieses Skorpionsset. Genau das nehme ich. Okay, Danny. Bist du bereit zu verlieren? Was nimmst du? Nimmst du, ähm... Was ich habe. Das andere muss in den Schredder, ne? Ja, das andere muss in den Schredder. Oh! Okay, bist du bereit? Und sowas von... Okay, ich sag jetzt, meine Rüstung gibt Regeneration als Effekt. Oh, was? Du hast eine viel stärkere Waffe als ich. Deine macht doppelt so viel Schaden. Und Angriff! Alter, du machst richtig Schaden. Du hast viel zu viel Schaden! Diese Angst ist viel zu stark! Nein! Haha! Oh, was ist denn? Ja, das ist ja primär gar nicht, wenn du mir die Hälfte mit einem Schlag abziehst. Und zack! Alter! Ha! Oh mein Gott, du machst aber auch viel Schaden. Ja. Das ist spannend, ey. Oh! Und... Zack! Nein, oh Gott, oh Gott! Ja, komm her! In die Ecke mit dir! Alter, wie viel hälst du aus? Und in die Lava! In die Lava! Nein, in die Lava! Und zack! Zack! Und jetzt finnisch ich dich! Los, Ikki! Du schaffst nicht, du hälst! Was? Ich bin schwindelig! Was hast du getan? Dieses kompiosenschwert! Was ist das für ein Effekt? Alter! Hä? Oh! Ich hab verloren! Nein! Ich hab verloren, Freunde! Nein! In meinem eigenen Video! Wie kann das sein? Oh nein! Aber egal! Man muss auch mal verlieren können! Ikki, geht's dir gut? Oh nein! Das hängt ja damit an! Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst jetzt ein Like da! Abonniert den Kanal! Schaut bei Ikki vorbei! Der hat irgendwie was beschwindelt! Und bei Buffalo, da kommen richtig coole Videos! Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!